Hallo und herzlich... Corona. Nein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde zu The Great Toilet Simulator. Okay, wir müssen hart pupsen. Wir haben starke Blähungen und man, was sind wir ein großer Typ, äh kleiner Typ. Großes Auto. Okay. Alter, da hinten ist was. Okay, wie... Was ist das denn? Hallo? Okay, wir haben den Knüfte. Hi. Oh, oh. Oh, oh. Okay, es geht schon mal. Der hat Corona, ja. Okay, wir können auch rennen. Das ist sehr gut. Alter, der Soundtrack ist schon mal. Boah, leck mich. Wir müssen übelst pupsen. So, ich hoffe, bei euch ruckelt das nicht. Wenn nicht, äh, wenn ja, dann muss ich hier ein bisschen runterschalten. Wir müssen dringend eine Toilette, Corona, eine Toilette suchen. Alter Schwede. Okay. CPU scheint ein bisschen überlastet zu sein. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Kann ich... Äh... Sekunde. Erstmal Rechner ein bisschen mehr Leistung geben. Was hat das jetzt mit, äh, Toiletten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hart pupsen. Und, äh, meine Vermutung ist, dass wir irgendwo hier im Wald eine Toilette suchen müssen. Und, äh, ganz kurz. Ich muss den Stream ganz kurz unterbrechen. Und die 60 FPS wieder runterregeln. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte. Nicht hauen. So, jetzt muss ich noch mal eben ganz kurz was machen. Ich würde starten. Warum schmeißt er mich da jetzt wieder bei Restream raus? Restream, jo. Das Passwort kopieren. Da einfügen. Und... Kopieren. Und... Klub. So. Ah, ja. So, jetzt habe ich den Chat auch wieder da. Ist okay. Dankeschön. Melody, vielen Dank. Entschuldigt bitte. Entschuldigt. So. Ich glaube, jetzt aber ist es etwas besser. Ich habe den Stream. Der Stream läuft jetzt über CPU. Die Aufnahme läuft jetzt über Grafikkarte. Ich hoffe... Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay. Hoffentlich kommt das Viech nicht wieder. Was war das? Wir müssen pupsen. Viel flüssiger. Ja, dankeschön. Ich glaube, die... Toilette ist in der Richtung. Oh Gott. Kriege ich schon Überdruck im Arm. Immer schön gucken. Wo, wo, wo? Wo ist es? Alter, diese Geräusche, ne? Ich glaube, es gibt hier... Die Karte ist hier relativ groß. Ähm. Jetzt sag mir nicht, das ist eine Alpha Wand, ne? Scheiße, das ist eine Alpha Wand. Och, nö. Okay. Och, nö. Äh, 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 äh. Äh, okay. Wo? 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 Da. Komm her, ey. Komm her, ey. Ich habe den Lade und Schroh für dich. Komm her, ey, ey, Bro. Komm her, ey, Bro. Lustigerweise beim Schießen pupsen wir auch automatisch. Okay, wir haben es, glaube ich, verscheucht. Wir rennen mal ein bisschen. Okay. Gehen ist gut. Gehen ist gut. Oder rennen. Rennen. Ey. Stirb. Krieg ist viel. Scheiße. Okay, wo ist hier die Toilette? Okay, wir müssen hart pupsen. Ja, wo gibt es hier doch eine Toilette, Mensch? Oder ist die immer random aufgestellt? Viel flüssiger, ja. Besten Dank, Ravi. Äh. Teilweise die Geräusche, die erinnern mich an Diablo. Und, äh. Far Cry. Hm. Wo ist denn jetzt hier ein Scheißhaus? Ich muss pupsen. Wir laufen mal die Karte ab. Ich dachte, das geht ganz schnell, aber nee, doch nicht. Wie oft kann man eigentlich pupsen so hintereinander? Ich drücke mal ganz schnell hintereinander die Maus. Okay, ich halte mal gedrückt. Die Musik, Alter. Okay, wir sind fucked. Wir sind richtig forked. Glaublich kommt der ruselige Typ nicht nochmal vorbei. Irgendwo hier am Straßenrand soll dann wohl eine Toilette rumstehen und dann hat man es geschafft. Oups, das war. Trampelpfad. Wir gehen dem mal lang. Er erschreckt sich bei den Pups. Ich habe Angst. Da, da ist was, da ist was. Ja, das ist die Tuklette. Ja. Das ist die Toilette. Okay. Wir gehen mal rein. Und jetzt? Ah, okay. Das Spiel ist bescheuert. Ende. Keine Ahnung. Das ist halt... Das war es mit... Great Toilette Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Geri. Tschüss. Das war es mitos Sch6... Vielen Dank.